Ach Freunde, ey, es ist doch einfach... Also... War das schon alles? Ey, ich... Ich will doch ausweichen, verdammt! Wichser! Weil man kann ihn einfach nicht... Man kann da nix machen... War das schon alles? Nein, ich bin doch so scheiße! Und... Was soll der Scheiß denn? Langsam bin ich echt gekränkt, ey. Der macht mich auch direkt. Was soll der Scheiß denn? 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 Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß denn? Ich hab dich nie gebeten, hier den Helden zu spielen. Chloe, komm jetzt. Deine schlaue Antwort? Das tust du nicht! Halt! Halt! Lass ihn laufen! Erlöst ihn von seinem Elend! Halt! 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 Oh Mann! Halt! Auch nicht mehr, was sie mal waren! Ne, davon kann's ausgehen. Halt! Ah... Oh! Mist! Hä? Was kann jetzt noch kommen? Jede Menge? Ne, jede Menge. Ah! Ahh! Hoffentlich hält die! Komm schon, ey, das wird schon. Oh, Mist! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö so was scheiß drauf boah was war das gerade für eine präzision in meiner komm zeigt euch so so Was ist das? Das war schon mal nicht schlecht. Aber es sind eindeutig noch Gegner hier. Nur kurzer Zwischenstand. Barcelona hat 200 gewonnen gerade. Zum Zeitpunkt, in dem ich das hier aufnehme. Kommt her. Kommt alle her. Ah, Alter. Wollt ihr mich verarschen, Freunde? Hab ich den jetzt gekillt? Ja, hab ich gekillt. Oh, dafür ist der gut. Nice. Ach doch, ach das mal. Nice. Ich sehe hier überhaupt nichts mehr an Gegnern. Halt. Da drüben kann ich rausklettern. Boah, ich dachte gerade... Na, Desert Eagle. Die nehme ich gerne. Sehr gut. Bisschen Range. Und ein bisschen... Hier, meinst du, Nate? Ja, hier kann man rausklettern. Ich klettere raus oder ich verblute hier. Ja, du krieg... Ich kann leider nicht sprinten. Tut mir leid, aber... Sonst hätte ich dir jetzt diesen Wunsch gegönnt, aber... Verdammt ist das kalt. Ah! Gehen. Kurz Moment.